Und ein herzliches Willkommen zurück zu Skyrim, beziehungsweise Elder Scrolls 5, Skyrim, Spezialedition, hm, ja, wo waren wir, bestimmt weiß, wer am Preislauf, haben wir abgeschlossen, wir haben mit dem komischen Jarl da geredet, Jarlbako, oder wie der hieß, heißt, das heißt, wir müssen jetzt zurück ins Öt, boah, ich kann die Namen noch nicht merken, halt, stopp, nein, ah, abbrechen, ins Ötsturzhügel, ab genau, da müssen wir hin, Ah, so, ach, na eben, wir wollten ja, wir wollten ja über Flusswald, genau, nach Flusswald reisen, dann zum Ötsturzhügelgraben, richtig, 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 richtig. Dann gehen wir mal dahin. Da sind wir auch schon im Flusswald. Ärger oder so? Ärger? Was? Nee. Zum Ötsturz. Was ist los? Was? Drachen? Nicht. Was ist denn da, hallo? Ah, ja, hm. Okay. Ich verwechsel das immer mit den anderen Spielen, da kann man aufs Schiff trennen und hier ist es nämlich, äh, langsam. Ah, hier, mal wieder. Ich kann es immer wieder sagen, wie geil das Wasser hier auf jeden Fall aussieht. Danke. Hier ein Wurz. Dann marschieren wir. Ah, hier, sch- Ah, ha, ha, ha. Was denn? Ich hab... Ach, toll. Was haben wir denn? Frost-Seite, äh... Nehmen wir erst mal alles mit. Wie immer. Zum Schluss schmeißen wir alles weg, was wir nicht brauchen. Beziehungsweise, was zu schwer wird. Wir müssten, sollten ja hier richtig sein. Stimmt, wir müssen Gesundheit nochmal auffüllen. Gucken wir mal, dass wir durchessen können, dass wir die, äh, genau. Dass wir, äh, nicht extra hier die ganzen Tränke verhauen müssen. Die werden später definitiv noch nützlich sein, und es gibt auch noch stärkere Tränke, äh, stärkere Tränke. Und hier, wir können doch nicht schärfen. Wir brauchen eine Spitzhacke. Hundekot. Leewachturm. Pssst, pssst, hier ist jemand. Deck versteckt, was denn? Ah. Jawoll. Was? Wo denn? Bestimmt da drin, ne? Himmelsschmiede, okay. Ne, das ist man diesmal gleich da. Au. Kurzer Prozess. So mag ich das denn. Langwogen brauchen wir nicht, aber wir brauchen nur das Gold und die... Hallo, Eisenpfeil in dem Moment. Alter, halt, halt, die können wir mitnehmen. So. Dann schleichen wir uns mal nach oben. Beziehungsweise gehen wir nach oben. Vielleicht ein paar so. Gut, die sind jetzt schon entdeckt. Fässer, Kartoffel. Ach, na eben. Das wollte ich ja auch mal machen. Gleich nachdem der ja weg ist. Genau. Ei, wo ist schon okay? Der betet nochmal. Ähm, jetzt hat die schon wieder veressen. Toll. Ach nein. Und zwar... Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, das sind ja übel die Kartoffeln. Jetzt werde ich nämlich mal als Vergleich hier... Bumm. Eine Kartoffel. Mann. Jetzt nehme ich nur noch sonstiges. Als... Holzkelle. Genau, als Vergleich. Jetzt kann man nämlich mal gucken. Eine Holzkelle, ja. Als Vergleich. Eine Holzkelle. Das tut diese riesen... Kartoffel hier. Batsch. Jetzt müssen wir dann mal den Vergleich sehen, was das hier für Mutantenkartoffeln sind. Wahnsinn. Da geht es noch weiter höher. Und was haben wir? Eine Truhe. Gold. Deine Rolle. Ja, das sind... Äh, so eine... So eine... Sicher... Sag mal jetzt so eine... So eine Wegwerf... Äh... Zaubersprüche. Also einmal benutzen und... Bumm. Weg, den Sinse. Später kamen durch Zauberbücher... Ich speilere Zauberbücher, nämlich... Flugnacht... Zeug... Lernen. Ach so. Äh... Die Zaubersprüche lernen, sodass man sie... Dauersame verwenden kann. Ich weiß nicht, ob... Ich weiß nicht, ob die Abklingzeit dabei ist. Das kann ich überhaupt nicht sagen. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Flüssigweit. Es gibt keinen Zoom. Schade. Wenn es einen Zoom gibt, dann weiß ich nicht wie man benutzt. Das hatte ich mir auch erschrocken, ey. Ich dachte, hier wäre schon wieder einer. Aber wir sind versteckt. Ab in die Soulstorm-Brauerei. Ob es dort auch Knachen gibt, die zu drängten Brauferen... Ja. Natürlich. Natürlich. Hau ab. Ach, dieses geht nicht mal. Wir sind zwar im Kampf, aber... Das können wir doch nicht nennen. Mann. Ey, das ist Cheaten. Das ist Bishmur, das gültet nicht. Das war böse. Das darf er nicht. Sie. Entschuldigung. Sie darf das nicht. Jetzt hier um Gnade flehen oder wat? Jetzt aber abschmatzen. Ja, ich weiß, wir stehen da noch beschissen. Äh, beschissen. Ach, da. Uh, der war so getroffen. Hätte ich nie da. Ich glaube, der hat jetzt ein Nasen-Piercing, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Alles ruhig? Alles ruhig. Oh ja. Voll durchs Nasen-Piercing, wenn ich das jetzt richtig sehe. Voll durchs Nasen-Piercing. Voll durchs Nasen-Piercing. Voll durchs Nasen-Piercing. Sollte ich... Ich weiß nicht, ob das auch so klappt hier. Gucken wir mal. Bop. Na gut. Wie gesagt, das hier oben soll aufläufig sein. Wenn wir hier schon... Ich sag mal, als Gäste sind. Wenn man es nur nennen darf. Und ab in den Tempel. Da sind die schon. Die ich sehe auch schon. Oh, ich vergieße das mal. Ja. Da hätte ich weiter... Zwei oder drei? Ich zähle... Eins... Zwei zähle ich nur. Schleich-Bonus! Ich könnte klauen. Warte. Oh 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 oh. Nein, 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 nein. Und wieder ein Epic-Kill. Jetzt wieder zu nackern. Klack, klack, fertig. Das wäre bei den zwei Dingen besser. Da brauchen wir nur einmal Klick machen. Ski-Überschein. Okay, das ist wieder viel Tränke. Dietrich Gold. Stahlkriegs-Axt. Jagdbogen. Gold. Pfeil. Ja, die Skiver sind wahrscheinlich ganz genau, weil sie nicht so eine Riesenraten halten. Wie man sieht. Das war ich aber nicht. Warte, war schon einer vor mir da. Halt, stopp, schade. Zwölf? Was? 13? 12? Nein. Ich darf da... Ah, ja. Zwölf. Schade. Jetzt hat man auch gerade wieder gesehen hier. Wo ist sie denn? Der Grund, nämlich, warum ich so ein Zimmer 2 hin hatte, ist Schaden 19 schon. Den könnte ich schleppen. Das ist... Viel mehr Schaden. Man kann aber dadurch, durch Zwölner, ist ja klar, kann man halt diese... Diesen Schild nicht mehr nutzen. Mit dem Block mit dem hier. Eisenschild, Eisenschild, wie gesagt. Nehmen wir alles mit. Wo weiß ich halt nicht, was nun besser wäre, sag ich mal. Ich bin halt der, der mir auf Schaden geht, statt auf Blocken. Beziehungsweise versuche ich es halt immer. Dass ich hier eher schlagen kann, als ich blocken muss. Ich kann es mal so machen. Eine Weile mache ich es so und spät... Äh. So, später stelle ich mal um auf zweihändig. Ach, die Melodie im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr die hört, ob das zu leise eingestellt ist. Aber diese Melodie, das ist... Kommt auch mit in den... Später in Schwarz weiter vor, was ich irgendwann mal vor ein paar Folgen erwähnte. Das ist ja so Gänsehautmusik. Wir halten uns erst mal rechts. Wir sind ganz ruhig. Wir gehen mal alles mit, was uns gefällt. Was wir brauchen. Beziehungsweise, wenn ich koche, halt die ist leer. Ja, ein Drang, ein bisschen Leidendhoch, aber war Leidendhoch. Hier ist Feuer. Hier sind doch bestimmt Gegner irgendwo in der Nähe. Da. Ach, Gönne. So, ich... Oh, Gott. Hallo? Na, sie ist... Oha, Gesetzloser. Oh, der ist ein bisschen stärker. Hier muss ich schon ein bisschen eher wechseln. Oops, ja. Ja, der letzte Schlag war nicht nötig, ich weiß. Fackelnehmer mit Eisenpfeilnehmer mit Stahlkriegsachst. Einfach erst mal mitnehmen. Aber diese können wir wieder aufschlagen, glücklicherweise. Oh, nein. Ich hasse diese nordischen Rätsel immer. Ich meine, das ist jetzt ein Anfangsding klar. Man sieht ja hier Schlange, dort ist was runtergebrochen. Da liegt ein Teil, Schlange, also Schlange, Schlange, Delphin oder Walrasse sein soll. pineapple.